So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Crystal. Dieses Mal wieder nachsynchronisiert. Fragt mich warum. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Kraftwerk, um dort die Spule abzugeben, die wir im letzten Part gefunden haben. Und ja. So, hier geht's nach unten, dann hier nach rechts. Gut, ähm, ich muss zugeben, ich hab nicht so besonders Lust jetzt das nachzusynchronisieren, daher entschuldigt schonmal die, äh, ja, falls es schlechter kommentiert sein sollte als sonst, weil es geht mir ehrlich gesagt auf den Zahn ständig das Ganze nachzusynchronisieren. Nur weil Camtasia nicht in der Lage ist, ähm, ja, gescheit aufzunehmen. Jetzt ist das hab ich satt langsam. Ich hab inzwischen auch schon eine Methode dagegen gefunden, und zwar werde ich halt einfach immer, ähm, 15 Minuten aufnehmen und dann schauen, ob es synchron läuft. Und wenn es nicht synchron läuft, dann, ja, dann synchron in die Zeit nach. Und dann teste ich halt die anderen 15 Minuten des Parts, ähm, bis es dann synchron ist. Und ja, das wird mir dann wahrscheinlich wieder ein paar Nerven ersparen. So, jetzt haben wir die Skullkin gekillt. War auch nicht besonders schwer. Und jetzt haben wir das Kraftwerk erreicht. Gut. Na, genau, ausgerechnet das letzte Grasstückchen, da taucht man Pokémon auf. Genau. Oh, ein Knogger. Cool, das sieht man auch nicht alle Tage. Aber ich glaube, es entwickelt sich doch, äh, erst mit Level 30 oder so, oder? Na gut, ich hatte mal einen Knogger im Team, aber... Wann es sich entwickelt hat, hab ich vergessen. So, jetzt sind wir wieder im Kraftwerk. Jetzt gehen wir zu diesen Typen da, zu diesem Fettsack mit seinem Generator. Oh ja, das ist die fehlende Schwule. Meines geliebten Generators, du hast sie gefunden. Ach, danke. Als Belohnung gebe ich dir dieses Typen. Blitzkanone, hier ist sie, genau. Blitzkanone, hier ist sie, genau. So, äh, Alpon, hier ist sie, genau. Falo kann Blitzkanone, Garados kann auch Blitzkanone, okay. Wundert mich ein bisschen. Und nach Tara kann Blitzkanone, ähm... Na gut, Garados Blitzkanone beizubringen, ich weiß nicht. Äh, äh, äh... Ich meine, Garados, äh, ja, hat schon gute Attacken später. Außerdem spielt Garados ja eher auf normalen Angriff und nicht auf Spezialangriff. Also passt es eigentlich. Blitzkanone können wir später jemandem vielleicht beibringen. So, jetzt fliegen wir mal zurück nach Lavandia. Moment, jetzt muss der... Vergangenheitskevin das erste Mal anwählen. So, Lavandia, du sollst nach Lavandia fliegen. Lavandia, 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 Lavandia. Gut, danke. Und wieder mit dieser schönen Musik. So, gehen wir in den Radioturm rein. Dort bekommen wir das Zusatzset. Von dem Typen, glaube ich, oder? Ah, dann bist du Gold, der das Problem mit dem Kraftwerk gelöst. Was? Ich habe es dir zu verdanken, dass ich nicht arbeitslos wurde. Du bist mein Lebensretter. Zum Dank hier gebe ich dir das. Ein Zusatzset. Aber wenn man arbeitslos ist, wird man doch nicht gleich... Stippen doch nicht gleich. Mich war selber mal arbeitslos so. Damit kannst du sogar die Radioprogramme in Kante empfangen. Hahaha. So, jetzt gehen wir zu dem Typen hier. Der quatscht uns hier voll. Hi mein Freund. Ich bin der tolle Musikredakteur. Ich bin derjenige, der diese Wollnünnervollen Melodien auf Sendung bringt. Sei so frei und lausche, der schöne Melodie. Gut, machen wir auch gleich. Schauen wir mal das Radio an. Hier ist ja gar nichts. Betrug! Achso, die Kanto-Sender sind ganz rechts. Okay, was haben wir hier? Pokémon-Musik mit DJ Fabian. Es ist Freitag. Nein, natürlich nicht. Entspann dich beim Pokémon-Schlaflied. Na gut, äh, was ist das? Orte und Personen. Moderiert von DJ Lily. Zenova-Insel. Irgendwie faul. Leiter Bianca. Ist verrückt. Wer hätte es gedacht? Route 22. Ist für... Frühha... Frühreif. Achso, Route 11 irgendwie faul. Route 11 ist außerdem ein bisschen wählerisch. Und Pokémon-Nexatoru ist uninteressant. Wo wir jetzt beenden das Ganze? Gut. Ach ja, wir haben ja noch ein Radio-Modul. Nämlich die Poké-Flöte. Ich schau mal danach, wo die ist. Na. Ne, ist es nicht. Da ist er. Die Pokémon-Flöte. Ja, die brauchen wir jetzt, um Relaxo aufzuwecken. Das heißt, wir gehen jetzt zu Relaxo. Allerdings fliegen wir dort nicht hin. Sondern wir nehmen eine kleine, ja, Abkürzung, sag ich mal. In Anführungsstrichen. Was eigentlich keine Abkürzung ist. Gut, nämlich diese rote hier. Die führt nämlich auch zum, ja, zum Relaxo hin. Gut. Äh, was allein? Okay, lassen wir allein mal allein. Okay, ihr seid zum Golking ein, gegen das wir auch gerade gekämpft haben. Gut, ja, machen wir es ganz einfach. Donnerschlag. Ja, Warned Kill, muss ich dir sagen. Nein. Gut, ähm. Quapuzzi. Ein Wasser-Pokémon. Ja, können wir auch killen mit Dorneschlag. Kein großes Ding. Irgendwie ganz lang, irgendwie momentan sehr langweilig zu kommentieren gerade. Weil wir sind eher ja alles Warnheads. Aber wenn ihr das schon langweilig finden solltet, dann schaut euch mal den 40. Part, glaube ich, ne, den 60. Part an. Den habe ich schon vorproduziert. Da gehen wir nämlich, ja, durch die ganze Route hier. Das wird langweilig. Also, lauter Warned Kills kann ich euch nur vorhersagen. Gut, und Golking hat mir besiegt. Und Honotto kommt zu Level 50. Fast. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich an gar nichts. Lass mich in Ruhe. Das Reißen an der Leine. Wenn du ein Pokémon fangen möchtest, das ist der schönste Verein an mir für mich. Gut, hier könnten wir auch surfen. Machen wir aber nicht. So, was steht hier auf dem Schild? Angelplatz. Gut, dann angeln wir doch mal. Einfach mal so zum Spaß. Weil da Angelplatz draufsteht, ne? So. Oh, nicht einmal angeknabbert. Okay, nochmal. Nicht einmal angeknabbert. Irgendwie ist das voll sinnlos, was da kommt. Nicht einmal angeknabbert. So, okay. Weil es ruiniert ja eigentlich nur den Spielspaß. Oh, hat er etwas angebissen. Ihr werdet ja ein Kapador, richtig? Ja. Ist ganz typisch wahr, wenn das da nur Kapadors auftauchen. Meistens auch mit Level 10. Ich glaube, in der ersten Generation hatten die Kapador, die mit einer Angel auftauchen, nur Level 5 sogar. Das war, ja, tragisch, die zu trainieren. So, hier findet man einen Zahltag in der Game-Edition. Und hier ist ein weiterer Trainer. Geld-Ult ist das Zauberwort. Das gilt fürs Angeln und für Pokémon. Gut, den Part hätte ich jetzt schon für, ja, fast ein Drittel fertig synchronisiert. Das ist gut. Okay. Gut, weil ich habe heute noch was zu tun. Ich möchte nämlich das neue Spiel Europa Universalis 4 spielen. was heute erschienen ist. So, die anderen Parts habe ich deswegen gestern schon produziert, damit ich heute Zeit habe, das Spiel zu spielen. Natürlich muss es die Parts heute noch ändern, ist klar. Aber, ja, kein großes Ding. Das Remen ist ja ruckzuck fertig mit Camtasia. Gut, hier ist Remorite Nummer 2. Wird zur Actillery später. Wann es sich entwickelt, weiß ich nicht genau. Ich schätze mal, so mit Level 35 ungefähr. Okay, und, ja, dann nimmt so viele weitere Erfahrungspunkte. Gua. Gut, gehen wir weiter nach unten. So, hier ist nichts. Okay. Hier ist ein weiterer Angler, glaube ich. Wenn ich bei einem anderen Radio hören kann, bin ich glücklich. Na, freut mich für dich. Gut, aber jetzt werden wir dich bekämpfen, dann betöten, würde ich sagen. Was gar kein Mord ist. Betöten. Hey, ich betöte dich jetzt. Okay, betöten wir dieses Carpador. Was völlig sinnlos ist. Doppelschlag. Mensch, Level 25. Dieses Carpador hätten wir schon vor 50 Parts killen können. So. Baldorfisch ist das nächste Pokémon. Ein Gift-Wasser-Pokémon. Hm, wäre schön, wenn es in der sechsten Generation eine Entwicklung bekommen würde, Baldorfisch, weil dieses Pokémon hat Potenzial zu einer starken Entwicklung, weil es den Typ Gift und Wasser hat. So, und hier ist noch ein Pokémon, das den Typ Gift und Wasser hat, nämlich den Toxa. Ja, den Toxa ist auch ein Gift-Pokémon, daher ist er eben sehr effektiv. Hätte ich eigentlich schon freuen, bei diesem Baldorfisch auch einsetzen können, aber naja. Gut, Tonuto kurz vor Level 50. Ich frage mich, ob das Carpador noch reicht, um es auf Level 50 zu bringen, wahrscheinlich nicht. Oder, ne, nie im Leben. Darauf verwette ich meinen linken Backenzahn. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Ja, hab ich euch schon gesagt, ne. Nur 106 KP, äh, Erfahrungspunkte. Das blöde Radio beunruhigt mich. Ja, jetzt immer alles aufs Radio schieben. Genau, man schiebt immer alles auf irgendwelche Ausrede. Genau. Gut, dann hier geht's zur Relaxo rein. Ach ja, übrigens, ähm, in der Game-Medition befindet sich Relaxo hier, wo wir jetzt gerade stehen. So, jetzt geht's weiter. Gute Else. So, mein Pokémon-Instinkt. Ich rieche etwas. Nämlich einen Beleber. Genau. Gut. Dann, hier ist hier oben ein Busch. Ah, ne Beere. Könnten wir die Mil-Tang in Yoto geben? Das ist ja immer noch krank. Keine Ahnung, warum. Und hier ist ein Renner, der sagt gar nichts. Super. Okay, du Psycho. Oh wei, oh wei. Ich hab irgendwie Lust auf Spiegelei. Na, jetzt komm, jetzt mach weiter. Also, oh wei. Ich hab Bock auf Spiegelei oder wollt ihr Rührei? Schreibt das in die Kommentare, ob ihr Spiegelei oder Rührei wollt. So, bam. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen aus diesem Oh wei ein Spiegelei. Gut, das müsste ein Level-Up für Tornuto geben. Jawohl, jetzt hat Tornuto Level 50. Das nächste ist ein Kokowai. Ja, mit diesem Kokowai, ja, kann man auch in seinem Insel überleben. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Kokosnüsse halt, ne? Und es wird wieder ein One-Hit-Kill. Ja, genau. So, und das letzte Pokémon ist ein Oh wei. Machen wir aus diesem Oh wei ein Rührei. Da haben wir ein Spiegel und ein Rührei. So, bitteschön. Wir machen ein Rührei aus dich. Erstmal legen wir es auf den Ofen, dann noch ein bisschen Salz drauf. Fertig ist das Rührei. Oder in dem Fall das Oh wei ist fertig. So. Gut. Ähm. Ja, Marcel hätten wir auch geschlagen. Kriegen wir ein bisschen Pokédollar. Das ist gut. Entschuldigung. Meine Stimme verändert sich manchmal, deswegen muss ich Marcel so machen, weil ich merke, dass mich meine Stimme verändert. Bei Pokémon wird nicht gemogelt. Immer fair spielen. Äh, nein. Ich cheate. Okay. Teenager Friede. Er hat ein Vukano. Warum kein Akani? Okay. Daneben Vukano mit einem Akani wäre ich zufrieden gewesen. Aber nein, die Entwickler dachten sich, Vukano ist immer noch zu schwach. Äh, zu stark. Äh, Quatsch. Akani ist immer noch zu stark. Wir müssen ein Vukano einbauen, da der Spieler sonst verlieren wird. weil er ja auch Champion von Joto ist und eine Lusche ist. So. Huch, wie konnte das passieren? Ganz einfach, ich habe Erdbeben benutzt. Äh, äh, äh. Okay. So, hier ist ein weiterer Trainer. Es juckt und sticht, wenn ich mit meinen Shorts durchs Gras laufe. Gibt's doch so einen Trainer in der ersten Generation von der Route von, ähm, von, 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 von Mamoria City nach, 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 so, Mondberg, genau. Der hat auch irgendwie einen Dialog mit Shorts. So was merke ich mir. Unglaublich. So, Sandama, ich benutze mein Erdbeben. Ich prophezei, jetzt zieh ich nicht so viel ab. Okay, ich nehme's zurück. Ich dachte jetzt, ich kann ein bisschen in die Zukunft sehen mit meiner Kristallkugel, die ich hier nebenbei stehen habe. Ne, Kristallkugel? Was prophezeist du jetzt? Dass Sandama down ist? Ja, das habe ich mir selber vorher gesagt. Danke. So, das nächste Pokémon, ein X-Buds. Ah, da wächst ich mal zu Garados. Natürlich könnten wir Tornotto noch draußen lassen mit Donnerschlag, aber Garos soll ja auch mal ein bisschen leveln. Gut, hier ist X-Buds. Und hier ist unser Garados. Gut, ich bereite erst mal Sturm. Ich wollte, ich hätte jetzt gedacht, dass er jetzt Regenthalts benutzt. Na gut, ein Sturm kann man auch machen. Ja, Sturm zieht die Hälfte ab. Oh nein, ich hasse es, wenn meine Pokémon verwirrt sind. Nicht gut. Ich hasse es immer. Ich hasse es. Nicht selbst verletzen. Garados hasst einen zu hohen Angriff als um dich selbst. Du hast nur einen Angriff, deswegen wäre es nicht gut, wenn du dich selbst verletzen würdest. So, das wollte ich damit sagen. Verdammt. Warum drücke ich mich immer so kompliziert aus? Okay, das müsste X-Buds glaube ich killen. Jawohl. Ein Two-Hits-Kill, wenn man es so will. Und Garados, kurz vor Level 43. Ah ja, ich bekam Dresche. Ich bekam Dresche. Sorry. So, schauen wir mal nach. Und zwar habe ich gerade keine Ahnung. Achso, Garados ja an erster Stelle tauschen mit Gefenser. Genau. So, ähm, so, wo wir jetzt lang haben wir dich schon bekämpft, ja. Gut, dann gehen wir hier nach links. Und dann hier nach oben. Keine Ahnung warum. Ah ja, hier ist ein Trainer. Ich kann es sehen. Ich kann alles über dich sehen. Siehst du auch deine Niederlage? Ich sehe sie nämlich hier meine Kristallkugel. Was heißt du Kristallkugel? Er setzt ein Xator ein? Oh, das kann man sich natürlich schon denken. Okay, äh, Xator, da benutze ich wieder Eissturm. Wir benutzen Eissturm, Eissturm. Danke. So. Gut, ähm, na, ich glaube, das könnten wir wieder mit einem Two-Hit-Kill schaffen. Nochmal Eissturm und ich glaube, das müsste Xator jetzt erledigen. Das hat ja schließlich nur Level 34 was viel zu schwach ist. Wie ich mich schon vor richtig Parts beschwere, sagen wir, äh, sagen wir sieben Parts, glaube ich, oder acht, weiß gar nicht. Deine Stärke konnte ich nicht sehen. Okay, gut, ich behaupte, das ist der letzte Trainer. Bin mir aber nicht sicher. Schauen wir mal nach. Ja, ich glaube, ja genau, das war der letzte Trainer auf dieser Route. Okay, okay, dann kämpfen wir jetzt gegen Relaxo. Was steht da? Gute Elf. Oha, okay, äh, gut, hier ist Relaxo. Ich würde sagen, ich mache erst mal ein Safe State, denn ich möchte das Pokémon fangen. Na, mach doch ein Safe State. Mach den Safe State. Na los, Vergangenheits Kevin. Danke, denn ich weiß, dass ich es nachsynchronisieren muss. Okay, gut, dann benutzen wir jetzt halt das Radio-Modul. Was machst du denn jetzt schon wieder? Hallo, was machst du da? Hör auf damit. Ich habe Angst. Nein, die Pokéflöte ist nicht im Inventar. Die ist im Radio-Modul. Beende sofort das Inventar-Menü. Danke. So, jetzt geh in Pokécom und wähl das Radio-Menü. Genau. Gut, und jetzt ersprich Relaxo an. Versprich Relaxo an. Na los. Nein, so geht doch. Der Pokécom wirkt in der Nähe des Schaffens und es da laxiert. Relaxo ist aufgewacht. Okay, Relaxo, du fette Sau. Los geht's. Gut, ihr seht, Relaxo hat Level 50. Wenn man das mit den Trainern in Kanto vergleicht, ist Relaxo schon übermächtig. Ich frage mich gerade, wie man gegen das Relaxo antritt. Ich probiere es mal mit Eichsturm. Keine Ahnung warum, einfach mal die Initiative senken, obwohl es eh keine Initiative hat. So. Okay, setze ich nachher ein. Ja, okay, unsere Attacke hat im Prinzip nichts gebracht, weil er Überreste trägt. Okay, Regentanz. Damit der Surfer stärker ist. Okay, er pennt eine Runde, das ist gut, dann kann er uns nicht mehr angreifen. Außerdem haben wir ihn eh nicht so viel abgezogen, als er... Ah. Okay, er müsste eigentlich Erholung nicht einsetzen, weil er eh kaum HP verloren hat. Das wollte ich sagen und nicht anders. Ich wiele mit meinen komplizierten Formulierungen. Das kann ich in Deutsch machen, in Deutschunterricht, aber nicht hier im Let's Play. Warum rede ich nicht um mein Let's Play? wenn ich privat irgendwie was, ja, irgendwie ein paar Selbstgespräche mache, ne, einfach mal so zum Spaß, zum Beispiel, ah, wieder dieser scheiß Boländer, dann, zum Beispiel, dann kommentiere ich voll gut, aber jetzt, was weiß der Play, da bin ich irgendwie so, ich weiß nicht, so nervös und so, ich hab keine Ahnung. Liegt das vielleicht daran, weil ich weiß, dass manche zuschauen... Okay, ich muss einfach nur für mich kommentieren, für mich. Ihr seid jetzt da völlig unwichtig. Ne, Spaß. Oh Gott, fast hätten wir relaxer gewonnen, das wäre es gewesen, wenn wir es jetzt gekillt hätten. Okay. Na, na, also ist es wieder paralysiert, super. Ich schmeiß mal einen Ball, was schmeiß ich denn da? Was haben wir denn da für Bälle? Ja, genau, ich schmeiß den Meister Ball. Nein. Äh, Hyper Ball. Ja, nein, nicht der Meister Ball, Hyper Ball. Danke. Gut, okay. Jetzt relaxerbleib im Ball. Ja, okay. Ähm, relaxer ist da rausgebrochen, wie, äh, keine Ahnung. Okay, probieren wir es nochmal. Hyper Ball. Und diesmal bleibst du drin, du fette Sau. Nein. Fieser Fettsack. Bleib im Ball. Bleib im Ball. Oh cool, okay, wir haben keine Hyper Bälle mehr. Nehmen wir halt einen Super Ball. Diesmal bleibt drin. Einmal hat es geruckelt. Okay, das ist ja schon mal am Anfang, er mag Super Bälle mehr als Super Bälle. Er hat uns sogar rausgekillt. Verdammt. Ähm, was machen wir jetzt? Hä, was ist passiert? Okay, irgendwie, keine Ahnung, ist es gerade die Musik angehalten oder so? Vielleicht habe ich da pausiert oder sowas? Keine Ahnung. Okay, setzen wir X-Bad ein. Auf X-Bad konnte ich mich schon immer verlassen. So, angreifen, soll man es angreifen? Ne, ist mir zu skant. Ich will es jetzt nicht killen, deswegen schmeiße ich eine weitere Super Ball auf Relaxo. Bleibt drin. Ach, schon wieder einmal geruckelt. Okay, ich speed das Ganze. Ja, ist zwar, ähm, ja, also speeden, äh, das sollte man bei Legendem Pokémon vielleicht nicht machen. Aber ich meine, äh, Relaxo ist ja nicht legendär, deswegen kann ich es hier ruhig machen. Ne? Bei Legendem Pokémon ist ja schon was Besonderes, aber Relaxo ist ein normales Pokémon, und da ist es nicht besonders spannend, wenn wir das jetzt einfangen. Das ist meine Meinung nach. Außerdem, ja, kann das Pokémon eigentlich in den höheren Generationen viel leichter bekommen. Daher, ja, oh, wir haben verloren. Na gut, dann laden wir das Ganze nochmal. Oh nein, jetzt muss ich wieder das Radio-Modul benutzen. Äh, wenn das häufiger passiert, dann werde ich hier ein Save-Sit machen, mit dem wir das Radio eingesetzt haben. So, nochmal. Gut, ich schmeiße jetzt einfach nur Bälle und schwäche es nicht. Einfach mal so. Es geht schneller. Und jetzt aber fast hätte ich die meiste bei eingesetzt. Pokéball. Und dann Superball. Nein, Galus tot. Ora. Ein weiterer Superball. Und Relaxo ist drin. Yippie. Relaxo, Tagträumer. Größe 2,10 Meter. Gewicht 460 Kilogramm. Eines der schwersten Pokémon, die es gibt. Der Magen dieses Pokémons ist so resistent, dass es, umblättern bitte, umblättern bitte, umblättern bitte, dass es sogar verschimmeltes oder verdorbenes essen kann. Bleh, Relaxo, du, du fette Sau, hör auf, sowas zu fressen. Ekelhaft. Den kriegen wir von der Nachahmerin. Allerdings möchte ich zunächst erstmal... Ja, komm, gehen wir nach Sophonis City. Zu Fuß. Einfach mal so. Zum Spaß. Einen Moment. Irgendwie ist es durch den Tunnelpfad. Ja gut, der Tunnelpfad wurde übrigens freigelegt, wie man sicherlich hier kennen kann. Aber ich habe keine Ahnung, warum der Vergangenheits-Cavion ihn jetzt benutzt. In Nyoto gibt es viele historische Städte, in der... Boah, nicht so schnell. So schnell kann ich nicht lesen. Na gut, dann gehen wir halt so in Sophonis City rein. Hurra. Warum benutzt man nicht das Fahrrad? Genau. Wir benutzen das Fahrrad. Das lässt mich völlig super kalt. Fahrrad auf kalt. Super. Hi, ich habe gehört, dass du deine Lieblings-Poké-Puppe verloren hast. Gibst du mir einen Fahrrad-Fahrschein, wenn ich sie finde? Ich suche sie für dich. Du glaubst sie auf dem Weg nach Rohranes City verloren zu haben? Bitte. Ich soll dir nicht sagen, was du zu tun hast. Aber ich mache mir wirklich Sorgen. Was, wenn jemand sie findet? Das ist nur eine Puppe, erregt dich ab. dann gehen wir zurück nach Aurane City mit unserem Fahrrad natürlich. Durch Route 6. Eine der... Ich mag Pipa, ich fand sie noch nie ein Zwang. Die Poké-Puppe, die ich fand, muss mir genügen. Äh, ich verstehe, das Mädchen, das diese Poké-Puppe verloren hat, ist traurig. Könntest du dann die Poké-Puppe zu diesem armen kleinen Mädchen zurückbringen? Eines Tages werde ich mit einem echten Pipi anfreunden können. Keine... Keine... Ja, erst für schnell rumscrollen und dann so langsam. Keine Bange, genau. Der Vergangenen, jetzt können wir nämlich twirlen. Okay, gut. Dann fahren wir zurück nach Savona City mit unserem Fahrrad. So, dauert zum Glück so lang, ansonsten wäre ich geflogen, aber... Ja, mit dem Fahrt geht es schneller. Gut, wo ist denn das Haus? Nein, hier ist es nicht. Da ist es, genau. Okay, ähm... Hier geht es weiter, genau. Und da ist sie. Ja, das ist meine Poké-Puppe. Siehst du die Naht am rechten Bein? Das ist der Beweis. Also gut, hier ist der Fahrschein für dich. Den Magnetzug, wie versprochen. Okay, jetzt können wir den Zug benutzen. Das ist der Fahrschein für den Magnetzug. Der Mann von der Eisenbahn gab mir das, als sie unser altes Haus niederrissen, um den Bahnhof zu bauen. Sehr aufmerksam. Die Bahn hätte sowas nicht gemacht. Die hätte einfach nur gesagt, platt machen! Und dann so, äh, so eine kleine Siedlung, die Bahn sagt, platt machen! Gut, äh, sprechen wir erstmal die Leute hier an. Wer vor dem Magnetzug bauen darf erbauen? Blablabla. Ein kleines Mädchen, nachher man genannt, lebte dort, ja. Hi, hast du einen Fahrschein? Ich habe einen. Jeder in Saffronia, der mit dem Magnetzug fährt, hat einen. Okay, hier ist wieder so ein Nerd. wie oft bin ich von Kanto nach Kyoto hin und soll gefahren. Einmal. Okay, fahren wir mal selber zurück nach Kyoto. Abfahrt nach Ducata City in wenigen Minuten. Steckst du auch rein? Natürlich. Darf ich dir bitte deinen Fahrschein sehen? Danke sehr. Bitte lang. Hier lang, bitte. Also gut. Los geht's. Finde ich cool gemacht. Das ist mit dem Magnetzug. Und wir sind wieder zurück in Kyoto. So schnell kann es gehen. In fünf Sekunden zurück in Kyoto. Wir sind in Ducata City angekommen. Wir ehren uns bald wieder. Gut, okay, was ich jetzt noch machen möchte, eine Kleinigkeit, und zwar möchte ich die Bäre jetzt bei diesem Milch dann abgeben, die wir gefunden haben. Und zwar gehen wir jetzt nach Olivianer City und fahren zu dieser Farm hin. Vielleicht sind wir auch schon da. Wir sind jetzt schon auf Route 39, da wo jetzt Milch sich befindet. Gut, hier ist es. Nein, Quatsch, falsches Haus. Okay, dann dieses Haus. Verdammt. So, hier, Miltang. Sein Ruf ist schwach. So, jetzt müsstest du aber wieder... Ähm, sollte es nicht jetzt wieder gesund sein? Es ist immer noch krank, verdammt. Miltang ist krank. Es braucht viele Bären. Geh, schlund. Es fressst ja so viele Bären wie Relaks zu. Egal. Gut, benutzen wir jetzt X-Bad und fliegen nach Ducati City, damit wir den Magnetzug wieder zurück nach Kanto benutzen können. So, okay. Gut, benutzen wir den Magnetzug nochmal. Wir werden den Künstler nach vorne Sidi abreisen. Kommst du mit? Darf ich deinen Fahrschein sehen? Okay, bitte hier lang. Yippie. Gut, ich muss euch jetzt sagen, der nächste Part, der ist nicht unsynchron oder asynchron, wie auch immer. Der ist wieder live. Ähm, den habe ich vor, den habe ich gestern schon produziert, den Part. Okay, gut, dann gehen wir jetzt im nächsten Part in Richtung Fuchsania City. Dazu gehen wir die Route von Ducati Sidney von Prisma City. Oh Gott, diese Städtenamen von Prisma ist die Gamer südwärts runter. Das allerdings im nächsten Part. Der der Video synchron sein wird. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.